Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir, Niles-Sebastian Power-Sieger. Für die, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich kurz vor. Ich habe jetzt seit mehreren Jahren Dokumentationen aufgenommen, wobei es sich um Videodokumentationen handelt, die auch Beweisdaten sind für ein Leben nach dem Tod von Menschen, aber auch Beweisdaten dafür, dass es möglich ist, mit Lebewesen zu kommunizieren, die einmal als Tiere und Pflanzen gelebt haben. Sprich, ich habe jahrelang Dokumentationen aufgezeichnet, wo Live-Situationen gefilmt worden sind, wo, wie viele Menschen es sagen würden, sich Geister gezeigt haben und kommuniziert haben. Und die auch ins Internet gestellt, unter anderem auf der Website www.ciembassy.de. Ich wiederhole das, www.ciembassy.de. Ich hoffe, die Website ist noch lange online. Solange sie noch online ist, findet man dort bestimmt schon so 50, 60 Videos. Insgesamt sind über 100 Dokumentationen entstanden mit unterschiedlichsten Lebewesen und ich möchte dieses Video machen, auch für die Kritiker. Wenn ich damit meine, ist klar, Menschen, die es nicht fassen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und die solche Videodokumentationen sehen und dann nicht fassen können oder nicht glauben können, nicht wahrhaben wollen, dass es Menschen gibt, die mit Toten kommunizieren können beziehungsweise mit körperlosen Lebewesen, wie ich sie nenne, die einmal als Menschen, als Tiere oder als Pflanzen gelebt haben. Also wie gesagt, ich nehme Videos seit Jahren auf. Ich werde dieses Video ganz entspannt halten, denn die anderen Videos, in denen ich Kommunikation mit solchen Lebewesen transparent mache für die Zuschauer, sind oft sehr, sehr anstrengend für mich. Sehr anstrengend. Und in all den Jahren, wo ich solche Dokumentationen veröffentliche, war ich, als ich damit angefangen habe, sehr, sehr negativ überrascht von Kritikern. Ich habe nichts gegen Kritiker, ich habe nichts gegen Menschen, die sagen, ich glaube daran nicht. Ich habe nichts gegen Menschen, die sagen, wenn ich etwas verstehen möchte, brauche ich Beweise und ich muss es überprüfen können. Das Lustige ist, ich habe also weit, weit über 100 Dokumentationen aufgenommen und diese Dokumentationen zeigen zum Beispiel auf, wie Lebewesen gezielt ein natürliches Umfeld kontrollieren, in dem ich mich befinde und das Einsetzen zur Kommunikation zeigen zum Beispiel auch auf Wetterkontrolle durch Geister. Wie gesagt, die Videos findet ihr auf der Website www.ciembassy.de Und ich möchte mich jetzt hier an die Menschen wenden, die ich als solche Kritiker bezeichne. Mir passiert jetzt immer wieder, dass ich Videos hochlade ins Internet und dann zum Beispiel bei Facebook kommentiert wird, dass das nicht gehen soll, dass es nicht möglich sei, dass sowas nicht sein kann. Und dann passiert es immer wieder, dass ich die Menschen einlade, mich zu treffen und in Live-Situationen dabei zu sein, um das zu überprüfen. Gerne auch mit technischem Equipment, gerne auch mit einem hohen wissenschaftlichen Anspruch. Und jetzt kommt das Paradoxe, was mich seit Jahren aufregt und auch sehr, sehr traurig macht. Und da möchte ich für alle Menschen mal eine Lanze brechen, und zwar für die Menschen, die mit Toten kommunizieren können. Erstens, doch, es geht. Definitiv. Es lässt sich beweisen. Und der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, die traurige Erfahrung zeigt, dass es zwar viele Menschen gibt, die das nicht wahrhaben wollen, die es nicht glauben können und die sich da kritisch äußern, aber von den ganzen Menschen, die das im Internet tun, sind die aller, allerwenigsten bereit, etwas wissenschaftlich zu überprüfen oder Beweise zu überprüfen in Live-Situationen, also vor Ort ihre eigene Lebenserfahrung zu sammeln. Wie gesagt, ich bin jemand, der das jahrelang immer angeboten hat, wenn ich Videos veröffentlicht habe. Wenn dann negative Kommentare kamen, dass zum Beispiel Wetterkontrolle nicht gehen soll, dass das unmöglich sei, dann habe ich immer darauf verwiesen, dass ich seit Jahren teilweise bis zu zwei Dokumentationen pro Tag aufgenommen habe. Dokumentationen, die bis zu anderthalb Stunden lang sind, wo gezielt das Wetter innerhalb einer solchen Dokumentation in bis zu 40, 50 Interaktionen kontrolliert eingesetzt wird. Und das innerhalb von anderthalb Stunden. Also auch Dokumentationen produziert habe, die so eindeutig sind, dass es sich nicht um Zufälle handeln kann. So eindeutig sind, dass sie Kommunikationen aufzeigen. Und ich möchte mich da an alle Menschen wenden. Und auch an die Kritiker und besonders an die Kritiker. Und ich möchte euch, die Kritiker, etwas fragen. Ist euch eigentlich bewusst, welche Folgen das hat, dass Menschen Beweise nicht überprüfen und das Thema nicht wissenschaftlich angehen und aufarbeiten, und zwar für die gesamte Öffentlichkeit. Denn am Ende des Tages, auch ihr werdet euren menschlichen Körper verlieren, werdet eines Tages als Lebewesen ohne euren menschlichen Körper existieren, unter Umständen noch Bewusstsein haben, noch Intelligenz haben und kommunikationsfähig sein. Aber die Menschen in unserer Gesellschaft haben vollkommen verlernt, dann eure Kommunikationsversuche zu erkennen und zu verstehen. Und als jemand, den andere als Medium bezeichnen, komme ich mir vor, als wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die sich auf die Fahne geschrieben hat, zivilisatorisch immer weiterzukommen, aber gleichzeitig total rückständig aufgestellt ist. Warum rückständig? Wenn man die Geschichte der Menschheit überprüft und sich damit beschäftigt, wird man herausfinden, dass in vielen Kulturen auf diesem Planeten Erde die Kommunikation mit Vorfahren an oder mit Geistern zur Kultur gehört. In vielen Ländern ist den Menschen vollkommen bewusst, dass es möglich ist. Es gibt viele Stämme auf dem Planeten Erde, für die ist es ihr Alltag, zu Menschen zu gehen, um mit ihren Angehörigen zu kommunizieren, also Geistern, den Angehörigen, die einmal als Menschen gelebt haben, und sich sozusagen verbinden zu lassen, um mit denen wieder kommunizieren zu können. Ich lebe jetzt hier in Europa, in Deutschland und stelle fest, wenn ich das Geschichtsbuch überprüfe und mich tief in die Geschichte reinarbeite, dass Religionsbücher voll mit Hinweisen sind, dass es geht. Geschichtliche Artefakte sind voll mit Bildnissen, die das Thema aufgreifen und ansprechen sozusagen über die Kunst und klar machen, dass es möglich ist. Ich bin Deutscher, ich lebe hier in Deutschland, ich bin auch Kälte. Im keltischen Raum wissen noch viele, dass wir ein Druidensystem hatten, zum Beispiel, wo es eine oberste Meisterklasse gab, die für die Kommunikation mit Geistern zuständig war und auch dafür zuständig war, Beweise zu sichern, also eine beweissichere Kommunikation mit solchen Lebewesen zu betreiben. Hier in Deutschland waren es lange bestimmte Schamanen, die das für die deutschen Stämme übernommen haben. Die es also geschafft hatten, die Kommunikation aufzubauen mit Geistern, die einmal als Menschen gelebt haben, die als Deutsche gelebt haben, die zu den deutschen Stämmen gehört haben und die es immer wieder geschafft haben, auch Beweise zu sichern, auch Live-Vorführungen vorzunehmen gegenüber ganzen Dorfgemeinschaften, die dann das bezeugt haben. Und jetzt lebe ich hier im Jahr 2022 in Deutschland und ich gucke auf eine Gesellschaft, wo es zwar Menschen gibt, die wissen, dass die Kommunikation mit Vorfahren und Ahnen, also mit Geistern möglich ist. Ich gucke auf eine Gesellschaft, wo viele Menschen leben, die oft wirken, als wenn sie mit sich selbst reden, aber nicht, weil sie das tun, sondern weil sie in der Lage sind, mit solchen Lebewesen zu kommunizieren. Und gleichzeitig blicke ich auf eine Gesellschaft, die solche Leute, die man auch als Medium bezeichnen könnte, schnell als krank abtun. Auf eine Gesellschaft, die, wenn sie Dinge nicht verstehen, dazu neigen, Menschen krank zu stempeln und psychiatrisieren zu wollen, zum Beispiel. Also, ich gucke auf eine Gesellschaft, die total rückständig aufgestellt ist, im Vergleich zu denen, zu denen, wie unsere Vorfahren und Ahnen vor Jahrtausenden schon aufgestellt waren, was das Thema betrifft. Ich gucke auf eine kritische Szene, also Menschen, die nicht kommunikationsfähig sind mit Geistern, die keine Lebenserfahrung haben, die immer alles abtun, zum Beispiel im Internet über Kommentare, immer alles für unmöglich halten. Und wenn man sie dann einlädt, zu einem Treffen, um vor Ort Demonstrationen zu bekommen, damit sie vor Ort selber recherchieren können, selber Dokumentationen drehen können und selber eventuell auch mit technischem Equipment Beweise sichern können, die dann nicht kommen. Die zwar auf der einen Seite alles als unmöglich abtun und auf der anderen Seite keine, keine der Einladungen wahrnehmen, das zu überprüfen. Keine der Chancen nutzen, um selber etwas dazu zu lernen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin eigentlich ein netter Kerl, wenn man mir nicht zu blöd kommt, aber das nervt mich dermaßen. Und der Schaden ist gigantisch. Denn diesen Kritikern möchte ich mal Folgendes sagen. Ihr habt eigene Familienmitglieder, die im Laufe der Zeit gestorben sind, die ihren menschlichen Körper verloren haben und die existieren noch, sind unter Umständen kommunikationswillig, kommunikationsbereit und warten auf Chancen, mit ihren Familienmitgliedern, also euch, kommunizieren zu können. Und ihr selbst verratet sozusagen die Geschichte unseres Landes, unsere Kultur, die Stammensgeschichten der Deutschen, in dem ihr das einfach ignoriert. Ihr selbst tretet jede Chance, die ihr hättet, mit euren eigenen Vorfahren und Ahnen kommunizieren zu können, mit Füßen, wenn ihr das Thema immer abtun wollt, für unmöglich erklären wollt und gleichzeitig keine der Einladungen annehmt, Dinge in Live-Situationen zu überprüfen, um eigene Lebenserfahrungen zu sammeln. Ihr verratet sozusagen, vielleicht ist es euch nicht bewusst, eure eigenen Vorfahren und Ahnen. Denn die möchten kommunizieren, manche sehen sich sogar mit Schmerzen konfrontiert, weil sie mit lebenden Menschen nicht kommunizieren können, wenn sie erst vor kurzem verstorben sind, noch lebende Angehörige haben. Versuchen das dann, können diese vielleicht nicht erreichen, weil ihr als kritische Menschen vielleicht nicht gelernt habt, die Kommunikationsversuche zu sehen, zu verstehen und zu fühlen. Und gleichzeitig, wenn dann Leute sich melden, die man als Medium bezeichnen könnte, also Menschen, die kommunikationsfähig sind mit Geistern, dann kriegen die häufig nur zu hören, dass alles unmöglich sei und dass Menschen nicht dran glauben. Es geht bei dem Thema aber nicht ums Glauben. Das möchte ich den Kritikern sagen, wo ich den Eindruck im Internet habe, manche sind wirklich schwer von Begriff und etwas dumm aufgestellt. Dumm in dem Sinne, dass sie sich selbst in eine Situation bringen, wo sie nie dazu lernen können. Aber dadurch halt auch ihre Vorfahren und Ahnen und ihre eigenen Familienmitglieder in unmögliche, schmerzhafte Situationen bringen, wenn die gerade in der Situation sind, dass sie versuchen möchten, mit ihren lebenden Angehörigen, also potenziell euch, den Kritikern, wieder zu kommunizieren. Dann noch ein anderer Punkt. Also ich habe jahrelang Dokumentationen aufgenommen, die Wetterkontrolle beweisen. Die gezielte Kontrolle zum Beispiel von der Naturgewalt Wind. Und dann lese ich im Internet immer, das wäre nicht möglich, währenddessen Menschen wie ich jahrelang Beweisdaten sichern, dass es möglich ist. Und ich höre das von Menschen, die nichts überprüfen auf der einen Seite, wenn man sie einlädt, aber auf der anderen Seite sowas abtun und so dumm sind, Stromrechnungen zu bezahlen, die hundertmal so hoch sind, als sie sein müssten, wenn die lebenden Menschen wieder lernen würden, mit Vorfahren und Ahnen besser zu kooperieren. Denn eins ist logisch, wenn diese das Wetter gezielt einsetzen können, und das können sie, und das sogar tun auf dem Planeten Erde, und das tun sie, dann kann man das auch nutzen zur günstigen Energiegewinnung. Und das Thema ist nur ein Beispiel von so viel. Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben, können in die Situation kommen, nachdem sie ihren menschlichen Körper verloren haben, dass sie mehr Wissen haben, dass sie unter Umständen mehr Bewusstsein bekommen, als sie als lebende Menschen hatten, und dass sie mehr können, im Sinne von mehr Kraft einsetzen können, dadurch, dass sie sich mit der Symbiose, also der Natur selbst verbinden können, im natürlichen Umfeld, aber auch biologischen Körpern, und diese beeinflussen können. Und all dieses Potenzial und all diese Chancen gehen einfach flöten in unserer modernen Gesellschaft, weil diese sich total ignorant gegenüber dem Thema aufgestellt haben. Und es ist noch beschissener, nicht nur, dass Menschen das medizinische Potenzial liegen lassen, das da ist, weil solche Lebewesen halt auch biologische Körper beeinflussen können. Also sie können die krank machen, aber auch zum Beispiel heilen. Und wenn jetzt Kritiker wieder sagen, das geht nicht, Leute, ihr seid bei mir an der falschen Adresse. Denn ich sammle Beweisdaten seit Jahren und habe auch schon zum Beispiel Videodokumentationen gedreht, wo mein menschlicher Körper mit medizinischem Equipment verbunden war und dann gezielt beeinflusst wurde zu Kommunikationszwecken, zum Beispiel mein Herzschlag, in einer Situation, wo sich ein Familienmitglied meiner Familie in Symbiose mit meinem menschlichen Körper verbunden hatte und dann meinen Herzschlag reguliert hat auf relativ unnatürliche Art und Weise. Soviel als Beispiel im Bereich der Medizin. Sie können sich in Symbiose mit menschlichen Körpern verknüpfen, in diesen Leben, diese krank machen oder heilen. Und weil sie die auch heilen können, liegt da extrem viel Potenzial drin. Aber solange Menschen sich auf den Doktortitel was einbilden und an Schulmedizinbücher klammern, die bestimmte Dinge ausschließen oder für unmöglich einstufen, solange wird unsere Spezies sich nicht weiterentwickeln, nicht weiterkommen. Und das ist Verrat an den nächsten Generationen, an den Kindern, die geboren werden. Dann gucke ich auf Gesellschaften. Aktuell ist der Ukraine-Krieg, wir haben das Jahr 2022, die Energiepreise gehen nach oben und ich kommuniziere in meinem Alltag mit Lebewesen, die, wie ich schon erwähnte, zum Beispiel das Wetter beeinflussen können. Und ich gucke auf Gesellschaften, wo es mir vorkommt, als wären die voller Idioten. Und ich meine es nicht böse an die Kritiker, sondern ich gucke so drauf. Euch fehlt Wissen und Bewusstsein. Und es gibt in unserer Gesellschaft viele tausend Menschen, die mit Geistern kommunizieren können und die auch Demonstrationen erhalten zu den Fähigkeiten, die diese Lebewesen haben. Wenn man diese Menschen, wenn sie sich melden und mit dem Finger drauf zeigen, aber immer diskreditiert und mundtot machen möchten, dann wird man selber nichts dazulernen. Und es zeigt auch nicht die eigene Stärke oder die eigene Intelligenz, sondern es zeigt einfach nur auf, dass Menschen, die so ticken, ziemlich dumm sind und auch dumm bleiben werden, es sei denn, sie treffen einen Nachhilfelehrer, der es ihnen sozusagen vor die Füße schmeißt. Und das finde ich traurig. Ich finde die Ignoranz in unserer Gesellschaft extrem traurig gegenüber diesem Thema. Und mir ist bekannt, dass viele Menschen, deren Körper zum Beispiel beeinflusst ist, die kommunikationsfähig sind mit Vorfahren und Ahnen, geradezu als Ausgegrenzte in unserer Gesellschaft leben müssen und sich teilweise nicht mal mehr trauen mit anderen Menschen, die nicht kommunikationsfähig sind, mit Geistern, mit diesen anderen Menschen darüber zu sprechen, was diese Lebewesen können, wie sie zum Beispiel deren Körper beeinflussen können. Und das alles nur, weil sie nicht nur schnell verurteilt werden, nicht nur extreme Nachteile haben, nicht nur ausgegrenzt werden, sondern teilweise systematisch in Situationen gedrängt werden, wo sie krank gestempelt werden, bis hin zu Situationen, wo solche Menschen unter schwere Psychopharmaka gesetzt werden, die die menschlichen Organe angreifen und am Ende einen schleichenden Tod mit sich bringen können. Sprich, macht dieses Video auch, weil neben den Kritikern aus dem Internet regt mich ein bisschen auf, dass ich in einem System lebe, was Menschen, die in die Situation kommen, dass ihr menschlicher Körper durch solche Lebewesen beeinflusst wird, systematisch diskreditiert werden, bis hin zu inhaftiert werden gegen ihren Willen und teilweise auch vernichtet werden und das schleichend über die Pharmaindustrie. Und ich lebe in einer Pseudogesellschaft, die sich immer auf die Fahne geschrieben hat, dass sozusagen die deutsche Geschichte sich nie wieder wiederholen darf in Bezug auf ein System, was es in der Vergangenheit gab, nämlich das Dritte Reich. Und dann laufe ich heute durch Innenstädte. In unseren Großstädten gibt es in jeder Stadt Einrichtungen, wo Menschen gegen ihren Willen gefangen gehalten werden und solche Medikamente bekommen und das teilweise nur, weil sie in Lebenssituationen sind, die Mediziner der Schulmedizin nicht kapieren und nicht verstehen. Liebe Kritiker im Internet, ich weiß nicht, ob euch auch nur annähernd bewusst ist, dass nicht alle Medien, also Menschen, die sich als Medium bezeichnen oder von Dritten als Medium bezeichnet werden, betrifft das. Aber viele, viele dieser Menschen leben ein extrem schmerzhaftes und bitteres Leben. Denn was in den Dokumentationen nicht sichtbar ist, außer wenn man den eigenen Körper mit medizinischen Equipment verkabelt, ist der Stress. Der Stress, den Körperbeeinflussung des eigenen menschlichen Körpers unter Umständen gegen den eigenen Willen mit sich bringt. Die Schmerzen, das Leid. Und das kann immens sein. Und ich finde es eine Unverschämtheit, wenn Menschen sich viel Zeit nehmen, in unter Umständen gravierenden Lebenssituationen, in denen sie sich selbst befinden, um anderen zu helfen und auf solche Themen aufmerksam zu machen, wenn diese dann von Kritikern im Internet mundtot geschrieben werden oder blöd angemacht werden, von Kritikern, die, wenn sie eingeladen werden, wissenschaftlich das zu überprüfen und Beweise zu sichern, ihren Arsch nicht hochbekommen. Vor Arroganz. Da muss ich euch sagen, diesen Kritikern, die ich da meine im Internet und ich meine es nicht böse, Einbildung ist auch eine Bildung. Aber euer Bildungslevel, wenn ihr euch weiter so verhaltet, wird das der Einbildung bleiben und nicht des Wissens. Auch nicht, wenn man einen Doktortitel in so einem System bekommt und sich für einen Wissenschaftler hält. Dieses Video können Kritiker auch verstehen als erneute Einladung. Einen Termin mit mir zu machen, dass wir uns irgendwo vor Ort treffen, um dann Demonstrationen zu erhalten durch dritte Lebewesen, die zum Beispiel dann gezielt Wetterkontrolle aufzeigen. Denn es gibt viele Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, ihren menschlichen Körper verloren haben, die sich gerne in die Situation bewegen, dass sie sich Menschen zeigen, Wetterkontrolle aufzeigen, um mit Menschen zu kommunizieren. Aber auch, damit die Menschheit die Chancen kapieren irgendwann und wieder mehr nutzen. Die Chancen ihrer Möglichkeiten sozusagen, wenn sie mit Menschen kooperieren. Nun ist es so, wenn man mit Geistern zu tun hat, es klappt nicht immer alles sofort. Das ist die Wahrheit. Wenn ich zum Beispiel probiere, mit Geistern zu kommunizieren, dann gibt es auch mal eine Fehlerquote, wo mal etwas nicht funktioniert. Aber das Entscheidende, liebe Kritiker, die Quote, wo es funktioniert, ist hoch und nicht sehr gering. ist die Wahrheit. Und anders wäre es mir auch nicht möglich gewesen, innerhalb weniger Jahre mehrere tausend Stunden an Beweismaterial aufzuzeichnen, wo Situationen gefilmt wurden, wo die Natur gezielt beeinflusst und kontrolliert wurde durch solche Lebewesen, und zwar nach Absprache. Und, liebe Kritiker, nur weil ihr etwas nicht verstehen könnt im ersten Moment, nur weil euch Lebenserfahrung fehlt, bedeutet das doch lange nicht, dass etwas nicht möglich ist. Denkt doch überall etwas mal nach. Heute sitze ich hier vor einem Smartphone und zeichne das auf für euch, dieses Gespräch hier sozusagen, meinen Monolog in eure Richtung. Wer hätte vor 150 Jahren gedacht, dass es heute Smartphones gibt? Und wie wurden die Menschen beurteilt und verurteilt von der Gesellschaft, die versucht haben, Smartphones zu bauen, bevor es dann fertig war? Wie sehr hat man die Menschen verurteilt, die irgendwann sich gemeldet haben, in dem Zeitalter als Fernseher noch so dick waren und gesagt haben, wir werden Bildschirme bauen, die so schmal sind? Die Mehrheit der Gesellschaft lag so oft falsch bei unserer Spezies. Die Mehrheit unserer Gesellschaft dachte lange Zeit, der Planet Erde wäre eine Scheibe wie eine Pizza und wieder lagen alle falsch. Die Mehrheit der Gesellschaft dachte, Amerika wäre nicht Amerika, sondern ein anderer Kontinent am Anfang, als es entdeckt wurde und wieder lagen alle falsch. Vielleicht sollten Kritiker sich mal die Frage stellen, wie oft Mehrheiten unserer Spezies in Gesellschaften schon falsch statt richtig lagen. Und wenn man dann das Geschichtsbuch aufschlägt und sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt, wird man feststellen, das ist ganz, ganz häufig der Fall gewesen, nicht selten. Nur bei dem Thema ist es so, dass die Menschheit total benachteiligt ist, weil sie das Potenzial nicht nutzt, das sozusagen die Kommunikation mit Vorfahren und Ahnen mit sich bringen kann. Zusätzlich Menschen, die mit Geistern kommunizieren können, die aber als Menschen gelebt haben, da werde ich nicht der Einzige sein, stellen sich die Frage, wie arrogant müssen lebende Menschen sein, ihre eigenen Angehörigen liegen zu lassen. Ihre eigenen Familienmitglieder, die einmal als Menschen gelebt haben und heute in der Situation sind, keinen menschlichen Körper mehr zu haben, einfach zu ignorieren und liegen zu lassen, nur weil sie selber noch nicht mit ihnen direkt kommunizieren können. Wie arrogant und bescheuert muss man sein, dritten Menschen dann nicht zuzuhören und Dinge nicht zu überprüfen, die kommunizieren, dass sie mit solchen Lebewesen kommunizieren können. An euch, die Kritiker, die mich immer kritisieren im Internet, dieses Video ist extra für euch. Wie arrogant müsst ihr sein, Einladungen, wie ich sie in der Vergangenheit formuliert habe, immer wieder auszuschlagen, euren Arsch nicht hochzubekommen und dadurch euren eigenen Familienmitgliedern vor den Kopf zu stoßen, die unter Umständen mit euch kommunizieren möchten. Währenddessen ihr, wie die Taubstummen da sitzt, weil ihr nicht kommunikationsfähig mit Geistern seid, aber euch auch vor allem weigert, dazu zu lernen und Dinge zu überprüfen. Das ist doch das Traurige. Also dieses Video habe ich jetzt extra für euch Kritiker primär gemacht, aber auch für Wissenschaftler, Grenzwissenschaftler und Mediziner. Denn ich muss sagen, ich finde es absolut traurig, was angebliche Experten in unserer Gesellschaft durch ihre Passivität und Ignoranz primär auch bringen. Im Bereich der Medizin hatte ich vor Jahren Mediziner eingeladen, medizinische Daten zu erheben über meinen menschlichen Körper. Da geht es um den Bereich Körperbesetzung, Körpersharing, Körperübernahme. Ich hatte eingeladen, dass sich Mediziner melden sollen, um aufzuzeigen, dass Krankheiten, für die die Menschen heute keine Medikamente haben, geheilt werden können, mit Unterstützung, durch die Unterstützung von Vorfahren und Armen, der lebenden Menschen, also potenziell auch eure. Ich hatte Wissenschaftler eingeladen, diese Wetterkontrolle, wie ich sie jahrelang aufgezeigt habe, zu überprüfen. Ich muss sagen, das Ergebnis ist eine Enttäuschung und traurig. Und dem Wort Wissenschaft geradezu unwürdig. Aber ich muss auch sagen, dass es der Medizin unwürdig ist, dass man es mit einer Medizinerkaste zu tun hat, die schulmedizinisch ausgebildet wurde, aber auch wie es wirkt, gleichzeitig dadurch indoktriniert wurde, alle anderen Möglichkeiten auszublenden. und Mediziner, die in meinen Augen Möglichkeiten nicht überprüfen, wie Krankheiten in Zukunft geheilt werden könnten, wenn sie selber keine Lösungen dafür haben, die sollten sich mal die Frage stellen, mit welcher Berechtigung sie sich Mediziner nennen. Und das meine ich vollkommen passt. Ich bin etwas traurig, so ein Video machen zu müssen. Ich habe, wie gesagt, jahrelang geopfert, um lebenden Menschen das Thema näher zu bringen, aber auch um beweissichere Daten zu sammeln und das teilweise mit Vorankündigungen, bevor solche Dokumentationen gedreht wurden, also auf einem Level, wo auch Geheimdienste zum Beispiel diese Daten überwachen können. Und gleichzeitig blicke ich auf eine Zivilgesellschaft, die mir oft sehr, sehr ignorant und dumm vorkommt. Nochmal, ich möchte Kritiker einladen, sich zu melden, einen Termin zu vereinbaren und zu einem Treffen zu kommen, wenn sie solche Demonstrationen sozusagen haben möchten und Nachweise, Beweise haben möchten für die Existenz von Lebewesen, die einmal als Menschen gelebt haben, aber die ihren menschlichen Körper verloren haben. Ich möchte Kritiker einladen, vor Ort zu überprüfen, ob Wetterkontrolle möglich ist, vor Ort zu überprüfen, in welchem Umfang das möglich ist. Gerne auch mit eigenen Videokameras, gerne mit Windmessgeräten und anderem Equipment. Beschämend Beschämend finde ich aber die Ignoranz tatsächlich, die da im Internet sich manchmal Bahn bricht, wenn Menschen alles abtun, andere Menschen verleugnen und gleichzeitig so dumm aufgestellt sind, dass sie nichts überprüfen und hinterfragen. Kritisch zu sein ist eine gute Eigenschaft, keine negative. Ich habe nichts gegen Menschen, die sagen, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas funktioniert. Ich bin jetzt wirklich kritisch und möchte vor Ort eine Überprüfung vornehmen. Denn das ist wirklich ein Kritiker sein. Kritisch alles niederzuschreiben, abzutun, in eine Schublade zu schmeißen und die nur zuzutun und dann sich einzureden, dass alles unmöglich ist, wovor man da gehört hat. Das ist eigentlich nicht wirklich ein kritischer Mensch sein, aber zu behaupten, man wäre einer. Denn wenn man kritisch ist, dann überprüft man Beweise, erhebt sie selber und tut das vor Ort, auf einem wissenschaftlichen Niveau tatsächlich, auf einem wissenschaftlichen Level, mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Die meisten Kritiker, mit denen ich im Internet zu tun habe, ticken da aber eher pauschalisierend verurteilt und sind ziemlich blind und naiv unterwegs für die Gegebenheiten, wie sie auf dem Planeten Erde sind. Und nochmal an die Kritiker, dieses Wissen, dass Vorfahren an kommunikationsfähig sind, dass sie Naturgewalten kontrollierend einsetzen können, je nach Situation, nicht immer, aber je nach Situation, das ist jahrtausend altes Wissen. Wenn ihr denkt, dass das neues Wissen wäre, was ihr für unmöglich haltet im ersten Moment, liegt ihr falsch. Sondern unsere heutigen Generationen sind absolut rückständig aufgestellt durch Bildungssysteme, die zwar Mindsets, den Blickwinkel von Menschen auf dem Planeten Erde bilden, aber eben nicht Menschen mit umfangreichen Wissen versorgen zu den Möglichkeiten, die es tatsächlich gibt. Da ein Kritiker noch ein Hinweis. Die meisten staatlichen Systeme, die wir auf dem Planeten Erde haben, verkaufen Menschen für dumm. Und sie haben kein Interesse, dass Zivilgesellschaften erkennen, was eigentlich alles wirklich gehen würde, mit der Unterstützung von Vorfahren und Ahnen, die solche Fähigkeiten haben, wie Wetterkontrolle gezielt einzusetzen. Und ich verweise da nochmal auf das kleine Beispiel, was ich vorhin gemacht habe. Meine Dokumentationen zeigen auf, dass Vorfahren und Ahnen Windstärken einsetzen können, gezielt, von der Stärke eines Tornados zum Beispiel, eines Sturms, aber auch kleinere Windstärken. Ich weiß nicht, ob ihr Kritiker klar bei Verstand seid, aber überlegt doch mal, wie schnell so ein Windkraftwerk ausgelastet wäre, wenn die Menschheit lernen würde, mit solchen Lebewesen zu kommunizieren und das gezielt zu nutzen für die Stromgewinnung. Und die Stromgewinnung ist nur ein Beispiel. Ich gucke auf viele Kategorien, die unser tägliches Leben berühren, wo die Menschen von Systemen für dumm verkauft werden, um sie auszuschlachten und um sie an das System zu binden. Und euch Kritikern muss ich die meisten, die ich da im Internet kennenlernen durfte, durch ihre schlauen Kommentare, das ist kein Niveau. Wenn man kritisch sein möchte und man bekommt eine Einladung, etwas vor Ort zu überprüfen, dann muss man das auch tun. Ansonsten ist man tatsächlich nur ein Gläubiger oder ein Abergläubiger, aber kein Kritiker. Und er ist recht keiner mit wissenschaftlichen Anspruch. Also an euch Pseudokritiker, ich mein es nicht böse. Aber ihr solltet mal realisieren, es gibt zigtausend Menschen alleine in Deutschland, die mit Vorfahren und Ahnen kommunizieren können und deren Alltag es ist, dass sie sozusagen die Zeichen des Himmels bekommen. Ob das jetzt Windwellen sind, Lichtstrahlen oder andere Naturphänomene oder Situationen, wo ihnen aufgezeigt wird, dass menschliche Körper durch dritte Lebewesen, die normalerweise nicht in dem menschlichen Körper leben, beeinflusst werden können. Und man muss erstaunlich ignorant durch sein Leben gehen, um das nicht zu erkennen, wenn man sich schon mit solchen Themen beschäftigt. Und da an der Stelle möchte ich insbesondere nochmal die Kritiker einladen, die ich zum Beispiel in sozialen Netzwerken kennengelernt hat, durch ihre stupiden Kommentare in zum Beispiel Gruppen, wo es um die Kommunikation mit Geistern geht. Und nochmal, versteht das nicht als Angriff gegen euch als Menschen, denen Wissen und Bewusstsein fehlt, sondern versteht es wie so ein kleiner Hieb mit einem Zaunpfahl, um euch die Möglichkeit des Reflektierens zu geben. Und wer kritisch kommentieren kann, der kann ja auch Kritik ertragen, gehe ich mal davon aus. Darum sollte dieses Video mein Video für euch gar kein Problem sein, hoffe ich. Und an die Gruppenadministratoren, da möchte ich auch noch etwas sagen, hier geht es nicht um Hassrede, um Wutrede, um Zorn, sondern es geht darum, manchen Menschen mal die Augen zu öffnen. Wir haben die Situation, dass unsere Spezies, wir lebenden Menschen, dabei sind, den Planeten Erde zu zerstören. Zum Beispiel mit Atomkraftwerken, Atomstrom und solchen Dingen, währenddessen es viel bessere Lösungsansätze geben kann und viel bessere Optionen gibt. Aber sozusagen dieser Teil der Gesellschaft, der alles immer für unmöglich abtut, der ja nicht gerade klein ist, der führt auch dazu, dass unsere Spezies nicht weiterkommt. Und das verursacht viel Probleme für uns alle. Und darum denke ich, ist es auch in eurem Interesse und ich denke auch mein Recht, Kritikern ein entsprechendes Feedback mit diesem Video zu senden. Und wie gesagt, dieses Video ist ein Video, um die Menschen, die diese kritischen Kommentare immer verfassen, einzuladen, etwas dazuzulernen und etwas überprüfen zu können. Statt in ihrem Aberglauben verhaftet zu bleiben, wie in einem mentalen Gefängnis. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Euer Neil Sebastian Power Sieger. Oh und by the way, heute bin ich vollkommen im Outdoor-Look. Hier mit der komischen Camouflagehose. Ich bin in Bonn an der Sieg und habe hier gestern auch eine Dokumentation aufgedreht, auch gedreht mit einem Lebewesen, das mal als Baum gelebt hat. Und ich werde hoffentlich bald weitere Dokumentationen mit diesem Lebewesen drehen können. Das Lebewesen hat auch Wetterkontrolle gezielt eingesetzt, um sich euch, den Zuschauern zu zeigen und zu kommunizieren. Und wir werden weitere Dokumentationen drehen. Es wird ein Mehrteiler werden, der dann auch wieder auf der Website www.cimc.de veröffentlicht wird. Allerdings etwas später und vorher auf meinem Facebook-Account und vielleicht auch in den Gruppen. Und in der Videoserie, in dem Mehrteiler, wird es darum gehen, wie diese Lebewesen, die einmal als Bäume gelebt haben, in ihrer Lebenszeit als Baum uns Menschen wahrgenommen haben. Wie sie das Umfeld wahrgenommen haben, was wir ja auch beeinflussen, in dem sie leben. Und wie sie die Umweltprobleme, Geräuschprobleme und weitere Probleme sehen, die wir als Menschen in ihrem Umfeld verursachen. Und da darf ich mir auch nochmal einen Seitenhieb an die Kritiker erlauben. Seht mal, atmet mal ein und aus und regt euch nicht auf über die deutlichen Worte. Und dass ihr das konntet, das verdanken wir Lebewesen wie dem Lebewesen aus der Dokumentation, von der ich gerade gesprochen habe. Und dann solche Dinge immer nur abzutun als unmöglich, ist ziemlich respektlos. Auch gegenüber der eigenen Existenz in einem biologischen Körper, der ja auch nur Teil einer Symbiose ist. Der Natur. In dem wir mit Bäumen und anderen leben. Und halt auch mit Geistern, ob ihr es einsehen wollt oder nicht. By the way, ihr seht ja eine Splitscreen-Ansicht. Ein schönes Herz habt ihr da im Wasser. Ich zeige mal mit dem Finger drauf. Seht ihr die Herzform? Jetzt lächelt es. Zack. Aber manche können halt Dinge sehen, andere nicht. Schönen Abend noch.